Guten Morgen Leute, ja auch wenn ich jetzt hier draußen bin und es schon fast Mittag ist oder wie auch immer. Ja Leute, bleibt einfach zu Hause. Wir sind jetzt noch kurz was einkaufen und dann sind wir auch wieder zu Hause. Wir fahren eine Runde Inliner und sehen uns dann, ja hoffentlich dann gesund weiterhin wieder. Und ja Leute, so sieht es bei mir aus in der Siedlung. Ja Leute, wir sind mit Inliner unterwegs und versuchen auch den Abstand den man sagt zu halten. Und wir sehen uns dann heute Abend beim Abo zocken. Ich hoffe ihr erscheint zahlreich. Würde mich mega freuen und ich bin euch nochmal mega 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 dankbar für die 170 Abonnenten. Und ich würde mich mega freuen, wenn wir, naja, vielleicht in diesem Monat oder in dem nächsten Monat dann die 200 Abonnenten erreichen. Ja, ich versuche auch immer so wenig wie möglich hier anzufassen. Auch wenn man sich abstützen müsste bei Inliner fahren. So schnell fahre ich eigentlich auch nicht, Kind. Und ja Leute, hier geht es rund, hier geht es weiter. Und ja Leute, wir sehen uns dann. Bis später. Macht's gut und bleibt auf alle Fälle gesund.